Musik So, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei der guten Horde mit einem weiteren Unboxing hier bei mir dem Element und auch heute wieder ein Adeptus Mechanicus Modell beziehungsweise Skitari Modell, das ist ja aus dem Skitari Todex raus und zwar einen Onaga Doomcrawler, also einen Dünenkrabler das ist eigentlich ein sehr cooles Modell, das ist die Panzer Variante vom Adeptus Mechanicus beziehungsweise von den Skitari und vom Kult Mechanicus und ist auch noch original verpackt, Teil meiner neuen Armee und jetzt schauen wir da mal rein was da drinnen ist drin sein sollten glaube ich 3 verschiedene Waffenoptionen dann zwei Optionen beim Deckel einmal ob hier oben jemand ausschaut mit Gmg oder nicht und dann verschiedene Beinvarianten, wenn ich das richtig im Kopf habe aber das werden wir jetzt gleich sehen jetzt machen wir mal auf nochmal hinten drauf dass man ein bisschen was sieht, da sind die Waffenoptionen beispielsweise einmal dieses Gatling Gewehr oder Schmarrn äh Raketenwerfer dann das hier wahrscheinlich eine Mg oder so und hier eine Plasma oder eine Laserkanone irgendwie so dann gucken wir wieder rein doch ein ganzer Haufen Gussrahmen drinnen sind doch mehr als ich gedacht habe aber wir werden das sehen einmal wieder Abziehbilder die obligatorischen Abziehbilder zu dem obligatorischen Zusammenbau also quasi zur Anleitung und dann wieder das interessante drei Bögen eine monster mäßige Base wieder mal da muss ich mir echt was überlegen vielleicht mache ich da ein Tutorial für euch wie ich konkret diese Base gestalte weil bei so viel Platz da muss ich mir echt was überlegen was zum Gesamtthema passt ich will nämlich die komplette Armee die nicht in diesem klassischen Mars-Rot-Barts machen sondern irgendwas anderes aber da überlegen wir noch was aber jetzt gucken wir erstmal was wir hier haben wir haben die dreimal die Gussrahmen hier einmal wieder eine mit relativ großen Teilen das sieht jetzt aus wie Seitenpanzerung Bodenplatten und ähnliches viele Scheinwerfer kleinen Krusch hier sieht man das ganz schön ja kleinen Scheinwerfer alles mit dabei haben laut Codex auch Flutlichter dann einmal hier Beine Beinpanzerung ja hier auch Beinpanzerung hier oben Gelenke Beinpaare und da irgendwelche Feeling ja irgendwie der Aufbau auf dem die vier Beine stehen einmal hier und einmal hier und hier einfach die Kugel für die Teilung zwischen Oberkörper und Laufgestänge und hier einmal jede Menge Waffen und nochmal ein großes Teil für den Torso beziehungsweise für den Turm kann man sehen wie man will ja die Waffen hier wieder das Symbol Adeptus Mechanicus für den Mars so sieht es aus hier einmal das Modell das wo man oben raus schauen lassen kann und hier ja und dann dort hier noch mit den Beinen dass man da quasi so Panzerraupenbeine mit dazu tun kommt zum fixieren ja sieht interessant aus die großen Waffen auch sehr cool hier die na dann ich freue mich aufs Zusammenbauen und Bemalen und ich freue mich aufs nächste Mal wo ich euch was zeigen kann ich bedanke mich bei euch wieder ich bin der Element wir sehen uns bis dann und tschau